Es ist Naruto 286, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 28 und jetzt geht's da weiter, jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben und reiten jetzt erstmal wieder zurück. Okay, hallo? Du kannst mit dir nicht mehr reden, Alter, was ist das kaputt jetzt, Alter? Du kannst mit dir nicht mehr reden, okay, du kannst mit dir nicht mehr reden, das ist mir dann auch egal, wenn du mit dir nicht reden kannst, dann. Hm, hm, jut. Hau mal. Dann eben das erstmal. Das ist, wo? Ah, hier oben dann, also, okay, alles klar. Ja, geh hoch, komm schon, Alexios. Was machst denn du? Ach, mein Freund. Nee. Dann rennen, wenn wir mal ein bisschen, ein bisschen zu Fuß gehen, kann nie schaden. Ich halte immer das Pferd so nützen. Ist nicht schlecht, aber warum? Ein bisschen mal zu Fuß zu gehen, ist immer gut. Hä? Ah, da drüben ist das jetzt alles so, okay. Alles gut. Gut, dass ich das jetzt weiß. Supi. Ne, Quatsch, die. Ja, doch, was mache ich? So. Das ist dann, aua. Hey. Das Netz kaputt schon da. Alles klar. Hm. Ja. Ja. Aha. Hier kann man auch noch... ok perfekt aber hier kann man wenigstens rein ok erledigt super nicht schlecht okay er hat hier so ein ross ok perfekt gut dann ist das hier schon mal mit erledigt ok komm mal bitte hier ja nähe auf was sind die nachricht warte mal ich will doch gerade noch zu was ganz andere fahrer noch hin ja bleibt eigentlich noch was anderes irgendwo in der näher ja schön 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 ok dann gehen wir mal zum haus mit anführer rüber ja hier oben ist der oben ist rot ne also das sprich ganz bestimmt nicht das könnt ihr gerade vergessen leute gut gemacht Alex hier ist so bam und genau hm so da drüben ist das haus des anführers warte mal ich guck mal ich check das jetzt kurz mal mit meinem ok hm das wird wieder witzig werden glaub mal es das wird gerade wieder witzig werden hier so danke hm 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 mal abgucken so dann kleben wir mal hier hoch hm 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 so warte so warte ciao hm 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 super den ersten habe ich schon mal hier mit hier mit bekommen dann ok hier hier dä im inventar den will ich mir mal jetzt angucken den neuen einen habe ich 15 das sieht gut aus aber ne da war ja okay um 8 ist es runter aber egal ja ja der 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 hat das sieht von griff und von allem sehr viel besser aus finde ich eigentlich ja komm dann nehme ich jetzt den den da das ist egal weil er geht nämlich ich denke es war vielleicht 23 aber egal das passt naja ich werde aber alle Bögen was hier sind benutzen natürlich und alles aufrüsten machen wir es so das passt eigentlich wenn wir nicht lang rummachen dann mit dem Quark hier na warte Freundchen aber ich finde es cool wenn du so neue Waffen davon kriegst und mhm so ist er hier war nicht das sicher ist das ding was sieht denn das gefällt da fällt mir nicht die wäscher eine reihe ist der derbel hässlich aus alter wirklich hier unten drunter laufen ist noch wahrscheinlich schlecht ok warte mal ich schleich mich mal hier kurz außenrum natürlich komme ich hinten rein die ich sehe gerade gar nichts richtig hallo aha hinten ist hier meine fracht ok dann muss ich mir vorher die fracht für mich mit ein Bin ich doof, warum pfeife ich? Bin ich blöd? So, Waffenwild, ich habe mal Pfeifen hier halt, was geht hier ab? Hm, okay. Oh, ho! Haha. So, dann gehen wir mal jetzt hier durch. Mhm. Yes, nochmal ein paar Drachmen, perfekt. So, da haben wir das. Hm. Ah, nee, ich weiß, wie ich das mache. Ich schleiche mich erstmal hier außen rum. Und hol mir erstmal den anderen weg, was, wo hier ist. Hm, ich hab's gehört. Will mich jemand verschaukeln oder was? Okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich glaube, ich hätte es noch rum. Trottel Habt ihr jetzt abgehängt anscheinend Na, was ist? Was gibt's hier noch Schönes? Ach, wirklich? Ach, komm her! Auf! 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 Komm! Junge, was ist schlagt zu? Keine Wissen zuzuschlagen oder was? Hat er keine Lust zuzuschlagen? Alles klar, wenn er keine Lust hat, dann... Ach, Junge! Auf Wiedersehen! Du brauchst dir nicht denken, weil du hier rumstehst jetzt mit deinem... So! Ha! Perfekt! Mhm! Gut, gut, gut! Sieht gut aus, mein Freund! Hast du gut gemacht? Mhm! Okay! Hm! Hm! Okay! 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 Hm! Hm! Alles klar, mein Freund! Hm! 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 Wo ist das denn? Hier hoch! Nein! Okay! Ah! Okay! Das sind solch die normalen Hütten anscheinend... Na gut! Wenn du das Ganze haben willst, dann... ebenso hä nole lole lole dann haben wir eben lole lole gemacht eben auch nicht schlimm also da wollte ich gerade hin dumme diebe oder was ist das jetzt hier drüben ok so hm oh mach ich hier lang hi so Freunde der Nacht mhm hi hi äh ja genau klären wir auf den hoch haha so Alex los geht's mhm 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 ne unde hat mich belästigt sie sagen sie werden mich töten wenn ich sie nicht bezahle Das sieht aus, als würdest du dich darüber freuen. Ich bin ein Schmied. Ich treffe andauernd Söldnermilch. Und selbst wenn nicht, ich schwinge Tag ein Tag aus einen Hammer. Diese Diebe sind ziemlich dämlich. Lass uns etwas Spaß mit ihnen haben. Das heißt, ich soll den Beschützer spielen. Für jemanden von deinem Schlag sollte es ein leichtes sein. Klar. Wer dir wehtun will, muss erst an mir vorbei. Bleib bei mir. Blöder Penner, Alter. Du wachst, Alter. Du wachst, Alter. Ja, ich weiß. Er ist tot. Der Arme. Hammer. Ihr verdammten dreckigen Penner, ey. Was ist das jetzt hier? Aha. Schön. Hm. Okay, dann wollen wir mal jetzt Machen wir mal den hier. Hm. Sorry, mein Freund. Das ist gerade so blöd gelaufen. Das ist gerade eben. Oh, ein Scheibendreck, Alter. Ein Moment, ich bin gleich wieder da, Leute. Ich gucke gerade was. Und weiter geht's. Was willst du jetzt aufmogen, Freundchen? Dann stirb. Ciao. Uh-huh. Uh-huh. Oh. Oh. Oh, my funcion. tja daran bist du so gerade schulter ja du dringend auch in den kopf an los geht's so gucken gehen ja ist gut ok naja übernimmt besser für mich danke da der athener anführer nun tot ist sollte ich zuständig weg also finde ich ja echt mal richtig genial wie das jetzt hier abgeht das war jetzt gar nicht mal so schlecht gerade eben vorher kurz so drauf und dann so das gemacht hat er das verheu wurde ich das ding gejagt und dann voll hier hm hm der hat auch acht dann gibt es dafür den ok ok gut dann wollen wir den kopfgeldjäger hm 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 ja so wollen wir mal gucken wollen wir den kopfgeldjäger gerade hm 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 ja bei dir passiert jetzt was kommen ? hm 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 ich ja hm 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 m hm Ich möchte die hier kommen Hm. Komm mal her, mein Freund. Fett. Ist es, Alter. Möchtest du wirklich gegen mich kämpfen? Ja, ja, hab ich vor. Okay. Sehr nett hier. Auf, komm. Oh, was ist denn, Freundchen? Boah, Alter! Du weißt, die dreckige Schwächkeit nicht funktionieren kann, weil das ist eigentlich jetzt war nicht. Auf geht's. Auf. 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 ha 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 ciao gut dann bin ich jetzt wieder ein paar bis zum nächsten Mal